Grüß Gott, herzlich willkommen. Wir sind heute in Gensandorf Stadt in einer Toplage, wo dieses Haus mit ganz viel Flair und viel Behaglichkeit zum Verkauf steht. Wir haben drei Schlafzimmer, großes Wohnzimmer, Küche komplett eingerichtet, schöner Garten, eine Garage, eigentlich alles, was man sich wünschen kann und ich darf Ihnen das näher präsentieren. Bis zum nächsten Mal.